es geht ab zu einem video auf meinem channel ja ja etwas längere zeit mit meinem video ja doch heute habe ich etwas vor und zwar will ich im broadcast shelly aufrang 25 pushen und ja ich habe in der nacht kommen wenn ich den shelly auf 25 pushen dann halt per video ne so ich muss mal wieder ein paar videos rausbringen ich werde jetzt auch wieder öfters ein paar videos rausbringen ja ich habe jetzt noch eine längere pause gemacht natürlich noch zwischendurch ein paar youtube shorts aber sonst auch eigentlich nichts denn ja wir sind jetzt schon mal hier auf den brawlern und ich will jetzt nicht auf hängen ähm ja ich sollte hier meinen anderen rang 25 ja ja also ich werde auf jeden fall shelly auf 25 machen und dann halt block wieder habe ich sechs auf 25 ja ich würde sagen natürlich noch mal hier ist mein qr-code ja könnte ich screenshotten und das dann halten qr-code scanner halt scannen dann könnt ihr mich auch add in broad stars ist so let's go wir gehen rein in die runde so wenn ihr müsst jetzt natürlich die ganze kisten nehmen weiß ich wir holen uns die hier oben oder doch ja wir holen uns die hier oben und zwei leute zu ich weiß nicht mehr wenn man immer zuguckt aber irgendwie ja wie man immer wird mir zugeguckt das ist mir ganz komisch oh mein gott leute ich hab vorhin erstmal hier im buschkürzen frank geholt aber ich hab das leider nicht drauf und den fang haben wir hier noch mitgenommen oder okay wir machen auf jeden fall schon mal plus trophies ähm oh mein gott ich hasse Maisie ich hasse Maisie und da haben wir verkackt ja da klären wir ein bisschen sehr schlecht von mir geplayt aber wir machen auf jeden fall plus ähm ja plus neun und auch vier und fünf Trophäen jo wow also ich hätte nicht gedacht dass es so schnell geht vielleicht auch mal jetzt dann nochmal eine Niederlage aber vielleicht mal holen wir uns auch einen Win und dann easy ja also ich das Video wird wirklich also das Video wird nicht heute lang ich habe jetzt kein langes Video für heute geplant ähm ja ja also wir sind gerade jetzt mal bei zwei Minuten Aufnahme und ja ja zwei Minuten Aufnahme das Video könnte jetzt einfach gleich schon vor der dritten Minute oder so beendet werden aber ja ha 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 rein in die nächste Runde so erstmal natürlich hier die Kiste mit dann na ich weiß nicht hier oben nochmal die na hier ist ein Daryl ich weiß nicht ja ne also ich will jetzt nicht Team Diggi scheiß mal auf Team ich hasse Leute die Team wirklich aber ja ich würde sagen wir campen jetzt erstmal kurz ein bisschen Leute manchmal muss man auch einfach mal campen manchmal muss man auch einfach mal campen dieser Daryl nur der Team will ich weiß nicht ob ich irgendwie noch raufgehe na doch den können wir doch easy mitnehmen oh mein Gott war das schlecht gerade wieder von mir oh mein Gott also dass ich gerade da die Ult draufgehe ne ne die Ulti war wirklich schlecht gemacht aber es geht also es geht gut aus bis hier jetzt in der Runde wir haben also wir haben einen guten Spot hier finde ich ich weiß nicht also wir müssen auf den richtigen Moment warten und ja das war oh mein Gott Digga oh mein Gott ich ja scheiß drauf das Video ist jetzt ja gleich schon wieder verendet ja super Rang 25 Shelly ist drin ähm ja so Rang 25 Shelly finde ich ziemlich nice wieder neue Rang 25 zu haben und dann heißt es äh jetzt bald halt noch Brock zu pushen ne aber Brock will ich halt jetzt nicht auf dieser mit pushen weil die halt immer zu viele Wände hat da ist es halt nicht so muss ich sagen also da ist es halt schon scheiße da zu pushen ne das ist jetzt nicht seine Map äh ja Digga das Video ist jetzt gleich schon wieder wendet ähm ja leider auf jeden Fall äh ja Brock auf jeden Fall Brock werden auf jeden Fall noch bald ein Video kommen äh ja wie gesagt ihr könnt mich natürlich ändern hier in meiner ID hier in meinem QR Code und äh ja und äh ja Tätetet den Club Royal Brawler bei diesen 28 Members ähm ja um halt mit mir im Club zu zeigen und dann vielleicht auch mal Brawlers das Bauden zu spielen äh und ja Leute ich würde sagen äh das ist das Video checkt auf jeden Fall noch meine anderen Videos auf lasst ein Abo da Roll to 200 Leute 200 Abos wir haben fast die 200 Abonnenten ähm ja Leute ich würde sagen das ist das Video und ciao ciao ciao